Musik 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 Monsieur Dujardin dit qu'on n'appelle pas un dictateur. Monsieur le dictateur, ce n'est pas protocolaire. L'A.O.S.S. c'est un exercice même assez un peu vocal, c'est-à-dire que je parle un ton en-dessous, je parle un petit peu comme ça et je fais des réglages, je fais « Oh, ma frère, ah, ah, ah ! » et je m'amuse de faire ça tout seul. Donc, j'ai l'air d'un Ich habe mich nur mit dem Büro und ich habe gesagt, ich habe mich überlegt. Hast du jetzt noch jemand Blamentoling? Nein, nein, ich habe nicht gelernt. Es ist schon sehr interessant, diese Geschichte, ich wollte ich Bambino spielen. Und dann Michel sagte, du willst du nicht chanter Bambino? Ich habe gesagt, ja. Und dann Jean-François Alain sagte, du willst du nicht chanter in Arabisch? Ich habe gesagt, ja. Und dann ist das so. Ja, das ist es so. Ja, das ist so. Ja, das ist der zweite Salle, die Mühle. Mühle. Es ist einfach, ich habe gesagt, dass du in der Mitte steht. Ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt, Sie sind in der Mitte. Bambino Bambino